So, interessanterweise haben wir jetzt die Upper West Side komplett abgeschlossen, zumindest mit den ganzen Wahrzeichen und Rucksäcken und so weiter, aber noch kein einziges Schlägerverbrechen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit der Hauptstory. Kunstwerke nicht anfassen. Mal schauen, was hier so abgeht. Herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da war. Doch! Der Ort ist die Feuerwache an der West Side. Gibt wohl doch was. Ich bin nicht... Sollen wir das jetzt schnell machen? Komm. Machen wir das mit. Ja, das machen wir aber. Zuerst gehen wir mal Überfall an der Feuerwache. Warum denn das bitte? Drogenhandel und Kriminelle. Die sind ein Herz und eine Seele. Hey Jungs! Habt ihr Rezepte für das Zeug? Ich verliere sie. Ich muss aufholen. Was heißt der Aufhol? Lass mich am Knast raus. Nur so. Und jetzt schnell. Jawohl. Sie sehen uns gleich. Von daher ist es okay. Drogenhandel könnte meine meistgeheiste Straftat sein. Definitiv unter den ersten fünf. Oder den letzten fünf. Wie auch immer. Perfekt. Ich freue mich. Ich muss abhauen, bevor... Von hintereingang hat es geheißen. Sollen wir rein, gell? Genau. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Na, das ist nett. Das heißt, wir machen jetzt einen aufs Derf. Juri. Der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Wir eskalieren. Nicht. Hoffe ich. Oh Gott. Schauen wir uns das mal an. Oh, so geht das natürlich. Da können wir jetzt einen aufs Derf machen. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Um auf den Boden zu zielen. Was wollen wir auf den Boden zielen? Aha. Nett. Das ist wohl wahr. Perfekt. So, wie geht es jetzt weiter? Ich sollte ihn von oben einspinnen. Perfekt. Den sieht halt echt niemand mehr. Hinter einen Gegner. Oh, Vorsicht. Hinter einen Gegner für einen lautlosen Takedown. Mal. Du bist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Perfekt. Viel lautloser geht's bald nicht mehr. Da rein. Hier ist noch jemand. Bestimmt, sie muss die Akte haben. Ich muss bezweifeln. Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Los, Pete. Die bösen Jungs werden langsam böse. Und jetzt, wenn ich da runtergehe, dann haben die mich, oder? Warte mal, Gegner anzuzeigen, die du sicher ausschalten kannst. Gegner mit Gefahrensymbolen. Aha, Gegner in der Nähe entdeckt ist, wenn sie angegriffen werden. Du kannst Gegner ablenken, indem du nahe Oberflächen oder Objekte einspinnst, um eine Ablenkung zu erzeugen. Okay. Genau. Geilo. Und jetzt? Netzschlag-Tagter. Gut. Was ist das hier? Hey, was ist das? Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, ein Cent für jedes keine Bewegung und... Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest, bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also, Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Äh, Ich werde es dir erklären. Äh, Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, äh, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig, vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Für Kraftfahrzeuge für Engelsteuer wie die Einzelne. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Ist ja geil. Alles klar. Heftig. Aha, aha. Ich verstehe ja, warum Peter das macht, aber das Helden-hinter-Masken-Ding hat mir noch nie gefallen. Als Held sollte man doch eigentlich hinter seinen Taten stehen und sagen können, ja, das war ich. So eine Art Held wäre ich zumindest gerne. Ja, dann wirst du halt die Mary Jane-Spider-Frau. Hm. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Echt? Peter konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. So vielen. Schwester MJ. Interessante Hintergrundgeschichten. Ich bin ja auch froh, dass wir keine Origin-Geschichte hier haben. Handgerollte Zigarren. Hm. Simcaria. War das nicht in den Nachrichten? Können wir auch Kamera benutzen? Nein. Schau mal, da ist auch was. Mhm. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Vielleicht ist es auch ein Balztanz, wer weiß das schon. Öllandschaft. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Cello. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? War nicht seine Freundin auch die Vanessa? Alter, sie ist Fisks Ausstellung hier. Okay. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Na dann bitte. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kaki Monbaku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Mhm, das haben wir auch schon gesehen, oder? Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tinten-Klecks-Effekt. Die beiden Neo sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Still. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Lass mich raten. Hier, die filigranen Goldenthasien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto, bitte. Stellen Sie sich dahin. Mhm. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt! Warten Sie hier bitte. Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig? Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, ähm, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier... Hier ist es wirklich schön. Ja. Und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Dänen-Toilette ist um die Ecke. Beallen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Für die Aktion musst du neben das Klo hin scheißen. So schaut's mal aus. Mach das nicht. Aber trotzdem. Sehr frech, die Dame. Sehr frech. Zu viele unangenehme Fragen, wie es aussieht. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Aha. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Angst. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Mhm. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen. Craig. Mist, sie ist sauer. Ja. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Schleiche dich in das Büro. Natürlich, Craig. Oh je. Oh je. Perfekt. Ah Mann, was macht sie? Ich glaube Ihnen nicht. Weißt du es dann bitte? Was tut sie? Wie soll ich da jemals vorbeikommen? Sie dreht sich immer in die gleiche Richtung, wo ich bin. Nein, endlich. Das war nur blödes Timing, wie es ausschaut. Moment. War das... Gar nichts war das. Gar nichts war das. Schon gut. Aha. Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Mhm. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Gute Frage. Die Hand ist oben, oder? Die rechte Hand. Genau. Muss ich da jetzt nochmal hinschauen? Zu Fisk ist sie sicher netter. Was mache ich da gerade? Was war das? Die linke Hand ist unten und die rechte ist oben. Was tue ich? Ich verstehe es nicht. Ich würde die Hände jetzt gerne ändern, aber ich kann nichts tun. Was soll das? Was sollen wir da machen? Was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Sonst erklären sie dir jeden Scheiß bis ins letzte Detail und da jetzt plötzlich nicht mehr, oder was? Braver Hund. So. Keine Ahnung. Ach so, da geht es ja auch noch weiter. Aha, 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 aha. Okay. Keine Ahnung, was ich tun soll. Wirklich nichts. Ganz schön viele Gläser zum Drinken. Ja, ja, ja. Was, 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 was war da? Ach so. Das ist wieder das Gleiche. Ich verstehe es nicht. Was ist zu tun? Hallo. Ich kann, ich kann, ich weiß ja, dass die, dass man die Statue verändern muss, aber wie? Oh Mann. Was ist zu tun? Ich, ich verstehe es nicht. So. Kann, kann mir wer helfen? Ich, ich habe keinen blassen Schimmer, was jetzt zu tun ist. Wir sind da, ich habe was untersucht. Toll. Muss ich da jetzt? Ich gehe nochmal da. Okay. Super. Kann ich irgendwas tun? Irgendwas. Ah, das. Kann man untersuchen. Okay. Oh Gott. Die bräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Mhm. Na, endlich. Na, jetzt geht's auf einmal. Vielleicht lässt sich das bewegen. Mhm. Oh wow. Da ist viel zu tun. Huh. Ah. Okay, ich muss das anders machen. Okay, hier passt das mal. Das ist unten. Und der Mund ist... Wieso kann ich den Mund nicht schließen? Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Sehr schön. Na, endlich. Wie ein Teil fehlt. Was bedeutet... Oh, vielleicht fehlt ein Teil. Die habe ich schon mal gesehen. Mhm. So, was haben wir hier? Der hat den Kopfschmuck und... Was sonst noch? Der schaut gleich aus. Okay. Ah, die Stange. Okay, die Stange müssen wir ihm in den... ins Ding legen. Gut. Nimm mit. Nehmen. Sehr investigativ hier. So geht das nicht. Wieso geht das nicht? Was bedeutet das? So geht das nicht. Wir haben es gerade gemacht. Ja, das habe ich ihm ja gerade eingetan, oder? Oder ist es das falsche Teil? Warte mal. Nochmal schauen. Alter, die sind so ähnlich. Warum ist das alles so ähnlich? Na, das muss schon passen. Sind zwei solche Ringdinger. Ich habe das doch gerade so reingegeben, oder? Passt. Ist aber nicht richtig. Wie? Wie jetzt? Passt ist aber nicht richtig. Keine Ahnung. Nimm halt das hier, oder was? Ja. Ja. Norman Osborn. Was ist das? Teufels Atem. Was ist Teufels... Entschuldigung, Sir. Sie... Sie dürfen nicht... Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sag der Kerl, den ich vor fünf Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay, ähm, du versteckst dich da, ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Piet. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich... Ich habe es mir genauso vorgestellt. Wie süß. Hat sie... Ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Piet. Konzentrier dich. Was? So kann man zur Decke schwingen? Das ist ja mal geil. Ja. Okay. Natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Mhm. Gut, dass ich den erweiterten Takedown schon habe. Okay, Piet, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Mhm, 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 mhm. Wie komme ich da weiter? Wie komme ich da weiter? Ich verstehe es nicht. Muss leise sein. Hm. Oh, warte mal kurz. Wir können da ja Dinge einspinnen, oder? Da ist mal Nummer eins. Das war's. Hm. Wie wäre es denn damit? Jawohl, der Nächste. Das geht gut dahin, muss ich sagen. Ich bin gerade zufrieden mit mir. Okay, alles klar. Wie wäre es denn mit dem LH? Wie wäre es denn? Ich bin gerade. Ich bin gerade da. Hm. Gefahr, eher schlecht, Gefahr ist eher schlecht, es ist so geil, ich liebe es zur Zeit gerade. Ist der jetzt sicher? So, wie viele sind das denn, das gibt es doch gar nicht, okay und wo geht es weiter für uns? Stopp! Nein. Versteck dich! Echt uncool die Geiselnahme Jungs! Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft! Mhm. Okay, ich hab gegen Gespenster gekämpft, aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister! Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister! Versteht ihr? Äh, nein. Das scheint irgendwas mit Energie zu sein, nichts Geisterhaftes, alles okay. Gegen ein Geist kämpfen, bleibt also auf meiner Wunschliste. So, wo sind die nächsten Gegner? Ja, das war's hoffentlich mit dir jetzt. Achtung! Das hätte ich filmen sollen! Ja, das stimmt. Oh, hi! Yeah! Noch ein Aufkörnerz! Ja, noch ein Aufkörnerz! Tätiges Ausdauertraining absolviert! Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen, sie sind gar nicht seine Reporterin, sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Hab ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fiske hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Gehen! 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 Wir haben 2-11 in Transport. In der Mitte. Ein paar Suspects hier. Mix? Ach, als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Ähm... Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die Besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Hm... Naja... Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also... Die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie? Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oskob dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry. Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In sechs Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein... Ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also... Wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie... Äh, wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist ne Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später. Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Geil aus dem Lee-Cameo. Kunstwerke nicht anfassen. Abgeschlossen. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Harmen Schulz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Harmen ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettofall wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Das schon. Schau mal, da sind richtige Bäume auf dem Dach. Das ist geil. Yo, Leute, das passt für einen Cut.